Was ist der Forschungsbereich Digital Business Management und damit verbunden die Studiengänge Marketing und Electronic Business und Digital Business Management beschäftigen sich mit vielfältigen Themen, die mit der wertschöpfenden Nutzung digitaler Medien zusammenhängen. Das sind Themen wie Digital Marketing, Social Media, Innovation im digitalen Umfeld, Geschäftsmodelle oder zum Beispiel auch die Human-Computer Interaction, Usability Engineering und solche Themen. In unserem Forschungsbereich beschäftigen wir uns auch mit der Usability-Forschung, also der Benutzungsfreundlichkeit und der Verbesserung der Benutzungsfreundlichkeit von Webseiten, mobilen Anwendungen. Hier kommen unterschiedlichste Apparaturen zum Einsatz, wie zum Beispiel der mobile Eye-Tracker. Eye-Tracking oder auch Blickaufzeichnungsanalyse wird verwendet, um die Webseiten, Apps zu erfassen und Verbesserungspotenziale zu erheben und im Anschluss daran dann diese zu verbessern. Ein weiteres Projekt ist beispielsweise Opinion Mining. Da geht es darum, Meinungen im Internet zu finden, in Facebook, in Twitter und so weiter und diese Meinungen in Bezug auf die Stimmungsrichtung zu analysieren. Also ist das, was über ein Unternehmen oder über eine Marke geschrieben wird, ist das positiv oder negativ und sind dahinter, ist es das automatisiert auszuwerten und damit für das Marketing Rückschlüsse zu bekommen und besser am Markt agieren zu können. Also ist das, was über ein Unternehmen in Bezug auf die Stimmungsrichtung zu machen.